Was ist das Einzigartige am TEX-Arbeit-Konzept? Das Einzigartige am TEX-Arbeit-Konzept ist die Mehrdimensionalität, fast eine kubische Betrachtungsweise. Denn auf der einen Seite decken wir die komplette Wertschöpfungskette von der Innovation über die Technologie, Standardisierung, Prüfung und Zertifizierung bis hin in die Anwendung hinein ab. Und auf der anderen Seite schlagen wir die Brücke durch die Branchen von der Energy über die Industry, Mobility, Health and Living. Querschnittsthemen dabei sind zum Beispiel semantische Interoperabilität, künstliche Intelligenz, Data Analytics und in aller Munde IT-Security. Man denke gerade an die aktuelle Sicherheitslücke bei Prozessoren auf der Hardware- und Softwareseite, die sicherlich nicht nur eine Branche, sondern alle Anwendungsbranchen betrifft. Nur in der Querschnittlichkeit der Anwendungsfelder werden wir Potenziale entdecken, die wir in der singulären Betrachtung nie finden würden. Das erarbeiten wir auf dem TEX-Summit 2018. Nachdenklichkeit Untertitelung des Änderung des ZDF für功sellen